im moment zumindest noch wenn du da schon auf lavahöhe und zwar drum krabbelst ich meine ich schließe auch gerade an lava vorbei ich sehe deinen nametag ja ich weiß ich komme auch gerade wieder nach oben ich hab mir ja extra ein buypoint gemacht ich weiß ja wo ich lang muss zumindest sobald ich einmal weiß worum dieser scheiß ring ist immer noch an der nervt könnte ich hab doch 20 minuten dieser scheiß hülle da muss ich mich langer auf den lückweg bitte hier mann diesen oh kack hätte er klappen können jetzt geht's wo kriegen wir jetzt fäden her spinnen doch wir haben alle rüstungen zusammen jetzt fehlen quasi nur noch schwerter noch drei diamanten dann sind wir eigentlich top ausgestattet besser geht es eigentlich so gut wie nicht außer als wenn wir noch irgendwo bögen auftreiben können das wäre aber dann auch schon das highlight ich glaube ich verschwinde nochmal in die höhle ja du versuchst hier auch nochmal ein bisschen diamanten zu finden ja das ist das was ich versuche das wäre eigentlich das beste wenn wir jetzt noch drei diamanten auftreiben dann ist eigentlich top ok hier ok der minenschacht geht hier weit haben wir irgendwo noch holz ja da lala lass mir gleich ein paar sticks geben ja warte ich habe nur noch die zwei aber hier das holz ja ok danke jo so ich verschwinde jetzt muss ich noch gucken dass ich ah boah diese angst davor zu die angst jetzt noch zu sterben ich kriege jetzt ein chest hoffentlich ist da was drin ein verzaubertes buch mit schuss sicher ja ok das problem ist wir brauchen ambos dafür ah mist wie baut man einen ambos ich guck mal gerade ähm ich weiß wie drei eisen drei eisenblöcke und fünf eisen ne eisen ja eisen ja genau vier eisen und drei eisenblöcke genau also scheiß aufwendig das ding ja ich bin ein ah toll jetzt habe ich 37 kohle noch mit mir rumgeschüttet ah wir können uns wir können uns was bauen wir können uns diese scheiße bauen leute und wie ähm hier ich habe Fäden ich habe hier Spinnnetze gefunden weil ich hier in einem Minenschacht bin ah ja geil dann nimm so viele mit wie es geht kapiss dich ein Leak was denn oh mein Gott hier sind scheiß eine scheiß Spinne Giftspinnen oh das ist nicht gut oh nein jetzt habe ich keine Schaufel egal ich baue mich jetzt einfach mal hier rüber ich mache einfach Dauerschift haha nach 20 Minuten habe ich dann mache ich mich auf dem Rückweg dann kann fast das Schiff gehen also wie viel haben wir eigentlich Zeit bis 10 oder was 10 bis 10 ja gut kann ich mir noch schnell eine Workbench basteln die klatsch ich mir jetzt einfach mal dahin und mache mir schnell ein Schwert aus Stein das müsste reichen bevor ich jetzt eigentlich brauche ich jetzt aber wieder ja man ich will keinen Redstone ich will Diamanten Diamantöhlen cool ja die wären jetzt mal wichtig irgendwie Diamanten? ja zumindest drei Stück ja ich suche auch meine Höhle die Sache ist wir sind nur noch drei das heißt wir können jeder kann besser ausgerüstet werden ah mein Rücken stirb oh mein fucking Gott stirb die Dinger sind scheiße aggressiv das gibts nicht wer diese Spinnen ach so ist Born geh doch drauf geh doch drauf Born also die die Spawner ich brauche neun Stück oder? komm her ähm ja für drei Bögen ja an sich schon mach einfach die Spawner kaputt hab ich schon Spawner ist gegenüber also ich bin auf Höhe elf jetzt wenn ich ein bisschen buddel könnte ich wir brauchen neun Stück das heißt jedes da das hier das hier also ich meine dass ich auf Diamanten stoße ich baue hier einfach mal ein bisschen mehr ab ich hab ständig so Frame Einbrüche dann hab ich auf einmal noch zwei Frames und das die ganze Zeit das hab ich Gott sei Dank nicht ich hab keine Ahnung warum auch nicht also ich hab mit selbst mit Shader ja also ich hab meinen Frames auf 40 FPS limitiert weil keine Ahnung mit 30 kann ich mich nicht anfreunden irgendwie ja 40 hab ich auch und die und die die hält der auch ja die hält der bei mir auch ok also mit Shader und dann geht's schon also 30 bin ich auch nicht so der Freund weil meistens hält der sich ja dann etwas unter der Zahl die du da ihm angibst und dann mit 30 bist du nicht bei dem gewünschten Wert ja ja hast Diamanten ja echt jetzt geil ja ich hab Diamanten das weiß ich nicht ich sehe zwei nein es sind definitiv mehr wir haben unsere Schwerter ja wir brauchen aber Akkohin cool dann schau ich mal ob ich ich sag eins ich hab sechs Stück gefunden oh dann haben wir schon auf jeden Fall alle Schwerter ja weiß ich wir können sogar noch mehr ok mehr brauchen wir nicht dann gar nicht dann schau ich such einfach mal noch ein bisschen weiter vielleicht finde ich ja dann was für ja ich guck warte mal ich glaube weiß ich werde jetzt ich weiß was ich mache ich werde mich jetzt schnellstens verpissen wieder nach oben um die Diamanten abzugeben damit ich falls ich draufgehe diese Scheiße nicht weg ist wenn ich denn jetzt noch wüsste wie ich wieder raufkomme warte mal jetzt mache ich hier noch ein Waypoint ich hoffe das bezeichnen die nicht als cheaten ähm genau wir müssten Hühner killen wir brauchen Hühner und 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 wir haben wir haben 37 Federn wir haben 47 Federn oder so aber wir brauchen aber noch Feuersteine oder wie es heißt ja das stimmt ah das macht jedes Mal besser gravel abmachen einfach gravel abbauen solange ich versuche ja warte mal äh kannst du mir mal grad die die daten die dings durchgeben die koordinaten ähm x 440 y 62 und 90 ich habe mir jetzt so viele weapons gemacht ich glaube ich kann mich kaum mehr verlaufen irgendwo hin ja jetzt muss ich nur noch in die richtige Richtung laufen ok so da nicht hin hm wo geht es denn hier wieder raus hm Minenschacht Minenschacht sei verflucht 3 tue this geh weg lava ja das habe ich mir eben auch gedacht ach sauber spider aber ich gehe davon aus dass die auch noch die amanten graben Wunderbro Ja, die sind ja auch in dem Firmheld-Bereich Also Die haben auch ne höhere Chance Okay, hier ist Lava, da geht's nicht lang Das ist mir ein bisschen schon gefährlich Ich mach mir jetzt mal ne Schau auf Ich hab jetzt schon mal ein Problem, ich weiß nicht, wie es hier rausgeht Pudel dich hoch Ja, das denke ich mir auch Wie komm ich am Ende wieder raus? Ähm Ich hab Diamant gefunden Perfekt Passt Dann können wir uns sogar vielleicht noch für ein paar Leute noch ein bisschen Diamantausrüstung bauen Ähm Ähm Ich hab auch so gelassen, dass wir den Also nur, der ist nur, weil wir, glaube ich Jeder von uns besser ausgerüstet sein kann, weil wir weniger sind Bei denen Die müssen ja alleine schon mal viel mehr finden Ja Als wir Wobei selbst für fünf hätten die, hätten die jetzt genug Diamanten Wir schon, die vielleicht nicht Ja, ich muss erst mal gucken, wie viele ich hier rauskomme Diamanten sind auch immer so ne Glückssache Ob du die findest, wenn du welche findest, dann findest du auch welche Und wenn du keine findest, dann hast du halt die Aschkarte Oh So seh ich das mit Diamanten In Lavaseen findet man sie halt am meisten Ja, du musst aber auch da entsprechend Sich ausrüsten dafür So, jetzt werde ich gravel abgrabbeln Was sollte in diesen paar Minuten gehen, wenn du jetzt nicht wirklich hast Los, mehr Feuerstein Vier Stück hab ich Vier Feuerstein Ne, vier Diamanten Ach cool Weißt du, das haben wir zehn Dreizehn haben wir Ach du scheiße Wir finden niemals so viele, dass wir überhaupt Rüstung für jemanden kriegen Ja, doch Ja, ich grabe jetzt die ganze Zeit Die ganze Zeit, die wir noch haben Werde ich jetzt weitergraben Nach was? Also Diamanten Achso Dann muss doch einer ein bisschen was dann Ding machen Ähm Brauchen wir noch Eisen Und so? Ja, ich bin gerade gravel am abbauen Ah, okay Brauchen wir jetzt noch Eisen oder irgendwas Oder soll ich da noch Diamanten suchen? Ja, Eisen, nee Wegen dem Einbau Also wir haben Und glaub, so hohe Level haben wir jetzt nicht, oder? Elfen Level 17 Da müssen wir jetzt auch noch Obsidian abbauen Ja, und dafür bräuchten wir jetzt meine D-Hacke Das schaffen wir in der Zeit nicht mehr Gucken wir jetzt einfach mal jetzt mal an Ah, neun Ah, okay Ich hab neun Feuersteine Das ist jetzt natürlich bei weitem nicht genug, aber Ich hab Zwei Feuersteine Ich hab Alter Hab ich hier noch unterwegs Bekommen Ähm Dann kaufe mir raus, ey Ich krieg' nen Anfall Oh fuck Wow, das hättest jetzt ins Auge gehen können Ich baue ab, auf einmal falle ich Und dann, Gott sei Dank, bin ich nur zwei Blöcke tiefgefallen Alter Glück Noch ein Verlust Das können wir irgendwie nicht gebrauchen Nee, nicht wirklich Nicht wirklich Aber ich glaub mal eher, dass die jetzt nicht so wirklich auf Risiko gegangen sind Weil Nö, die haben sich auch eher, die haben sich auch wieder ein Haus auf dem Berg drauf gebaut Achso Also ich finde, man sollte sich generell hier nicht auf den Hausbau konzentrieren So, wieder hier am Start Bei Community abend Achso, du hast Aufnahmen unterwegs Achso, du hast Aufnahmen unterwegs Aber es geht wieder los Ähm, Essen haben wir genug, oder? Ja 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 Definitiv Ich bin bei minus 334 Grad Bin noch nen kleinen Weg vor mir zu latschen Ja Das stimmt wohl Reichen jetzt die acht Diamanten, oder soll ich noch weiter? Weiter suchen am besten Okay, vielleicht wär Ja, suchen wir einfach weiter Wir haben eh noch 40 Minuten Zeit, von dem her Ich muss nur gucken, wie ich hier am Ende wieder rauskomme Nicht, dass ihr da dann Noch warten müsst, bis ich jeder da habe Achso, dann bringen wir lieber die Diamanten hoch Ja, das wäre ne gute Idee, glaub ich Warte mal, du hast sechs, wer hat sechs Diamanten gefunden? Ich hatte eben sechs gefunden Genau, das ist für Schwerter, er hat acht Wir sind in der Kiste Das heißt, dann sind schon mal zwei Wir brauchen noch einen Diamanten quasi Und mehr, logischerweise können wir gar nicht mehr auftreiben Um irgendetwas auf Das heißt, einen Diamanten brauchen wir ja noch Und dann können wir für jeden einen Beinschutz machen Nee Weil ich hab drei Er hat acht, das sind elf Äh, sieben Sieben für jeden brauchen wir, ne? Ja Du brauchst 21 insgesamt Für die Hosen Nee, ich meine Oder willst du die Füße machen? Nur Schuhe Achso Ich dachte, du brauchen wir noch einen Diamanten und dann Ja, aber ich würde ab, also noch nichts Ich würde das bis zum Ende aufheben Ja, ja Je nachdem, vielleicht können wir noch mehr bauen Ich würde dann sagen, vielleicht wenn wir irgendjemanden besser ausrüsten, dass der dann In die Front geht und das dann vielleicht anderen beiden Oder zwei einfach abbauen Also, was heißt abbauen? Mit Pfeil und Bogen schießen Weil ich bin mit Pfeil und Bogen Ich geh nicht an die Front, weil ich kann nicht so gut EVP Wir machen einfach, mach einfach so Pussy, so Distanz Schön mit Pfeil und Bogen Auf irgendwelche Bäumen rausschießen Mit Dauershift Ja Wir bauen so richtig geile Bunker und dann kommen sie erst gar nicht rein und aus Obsidian und so Ja, klar Und dann mit so Hebel und dann kommt einfach mal ein bisschen Lava raus und dann verbrennen wir so alle Und Yay Hat dann mal gutes Gelingen Wir haben noch Eine halbe Stunde Egal, schaffen wir Hier ist eine Wüste, okay Wie weit bin ich jetzt hier? Also ich fände es ja Irgendwie geil, wenn wir das gewinnen würden Ja, ich finde es auch geil Das würde ich feiern, definitiv Ich auch, weil die ersten Videos sind, die ich wieder hochlade Ich habe seit Monaten nichts mehr hochgeladen Warum? Nur ohne Sound Achso, wegen deinem Internet, oder was? Äh, ja Erstmal deswegen und Schule Also, ja, geht eh vor Ah, ich arbeite Wie alt seid ihr denn? Ich bin fünft Werd am Ende des Jahres 16 Was ist denn das? Da ist ja ein Haus Oh mein Gott Ich bin, weißt du, wisst ihr, wo ich rausgekommen bin? Ich bin hinter dem Hinter dem Berg von den anderen rausgekommen Achso, scheiße Lol Dann würde ich mich da weg Die dürfen wir nicht angreifen Ich Darf man gucken Ja, egal Ich guck mal Habe ich eben auch schon genommen Geh mal trollen Irgendwie Blöcke unter den Abbauern und so Hier steht die Treppe zum Heiligen Haus Ah, sauber Änder mal das Schild Ihr war Dich Oh 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 Dich Dich Dich